Heyo Leute, es ist Kramix hier, was geht mit Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf Most Expensive Fails reagieren, also auf Deutsch übersetzt auf die teuersten Fails, haben wir ja schon öfter mal gemacht, das hier ist eine neue Episode, ich bin sehr gespannt, lass dein Like und dein Abo da und ich glaube es wird heute wieder sehr sehr schmerzhaft werden. Alter, aua, es ist auch so teuer, so ein großes Modellflugzeug, direkt kaputt, nee, nee Bro, nein, man sieht doch schon, man sieht doch schon, Bruder, das ist so ein Glastisch, den kannst du nicht so hinlegen. Perfekt Digga. Oh nein, oh nein, die haben sich, die haben sich so viel Mühe gegeben, Alter. Bist du behindert? Das ist sogar ein deutscher, deutscher Clip. The shoddy camera tech that rigged up this elaborate camera is currently filling out unemployment papers as we speak. You know you're falling out of control when your pet bear destroys your expensive Lamborghini and you think it's a laughing matter. Gut Bro, wenn du ein Lambo hast und irgendwie auch ein Bär als Haustier besitzt, äh gut, also, dann kannst du dir auch die Reparatur dafür leisten. Kiss the bride and you may also need to hire another wedding photographer soon here. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Aua. 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 Das tut ja schon vom Hinschauen weh. Das tut ja schon vom Hinschauen weh. Oh, aber dicke Einfahrt. Voll geil, irgendwo so in Indien oder so. Oh nein. Aber irgendwie ist das Tor nicht besetzlich. Ah nein, er ist da noch drangefahren. Oh shit, da wurde was beschädigt. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, ey, da wird mir schlecht, wenn ich das seh, ne? Wenn du dir vorstellst, dass dein Haus so mit Wasser voll läuft, ey, da kannst du wirklich alles... Das kannst du dir nicht vorstellen. Da musst du alles, die Wände neu renovieren, tapezieren, das Dämmmaterial in den Wänden ist nass, das schimmelt. Und, ey, da kannst du im Prinzip ein Gefühlshaus neu bauen, so. Ach du Scheiße. Perfekt, danke Katze. Perfekt. 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 Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wasserleitung. Das Ding ist aber auch, ich verstehe aber auch nicht, wie lost die Leute bei sowas sind, weil okay, der schraubt in eine Wasserleitung rein. An sich, okay, ist dumm gelaufen. Aber dann geh doch zu deinem, wenn du doch ein Haus hast, dann geh doch dann bitte in den Hauswirtschafts- und den Technikraum, wo die Anschlüsse sind und dreh das Wasser ab so. Man kann das ja abdrehen fürs Haus. Dreh das Wasser ab. Sehe ich nicht. Alter. Puh. Ach, du scherz. Hier voll viele Wasserschäden haben wir hier. Hat man ja auch bei uns in Deutschland letzten Sommer gesehen, ne? Das Wasser, das hat so eine Zerstörungskraft, ne? Das ist echt kein Spaß. Da ist nichts sicher davon. Nein. Nein. Ich weiß nicht, was die da gerade bauen, aber das sieht nach einem richtig tiefen Loch aus. Und da stürzt ein fetter Bagger rein, der ein paar Tonnen wiegt. Ach, du Scheiße. Jetzt auch noch Öl auf den armen Regenwald. Eieieiei. Watch this giant cargo ship catch a free nose job when it's slammed at just the wrong angle by a powerful wave. Ich hab schon vergessen, dass wir hier auf expensive Fails reagieren. Natürlich so ein Öl-Lag, wo jede Sekunde Liter von Öl verloren gehen, das ist natürlich auch ein richtig teurer, teurer Fail, ne? Oh mein Gott, das ganze Boot bricht aus. Ach, du Scheiße. Oh, den Clip kenne ich, alter. Auch ein sehr, sehr teurer Fail. Aua, ja, da hagelt's. Boah, wenn du mit deinem Auto in so einen Hagel reinfährst, ne? Alter, kannst du auch knicken. Car ist auch, ey, da sind ja so viele Dellen dann auch im Lack drin, äh, oder in der Karosserie. Okay, kannst du auch knicken, Alter. We had a sinking feeling about this giant vessel, but luckily it was towed to shore and turned into scrap metal. Apparently, Formula One race car driver Sebastian Buemi took the expression right until the wheels fall off quite too literally. Auch krass, einfach beide Reifen, beide Reifen fliegen auf, alter. Das kann doch kein Zufall sein. This is what happens when your drone encounters a territorial eagle that's just not in the mood for fun and games. Auch zu krass. Einfach fliegst ne Drohne, auf einmal Adler kommt, zerfetzt deine Drohne. Äh. This 100 million dollar beautiful turquoise yacht suddenly malfunctioned and crashed into the pier and dock of the yacht club. Digga, das ist auch der Bummi, der Bummi im Yachtclub, der seine 100 Millionen Dollar Yacht da einfach in den Pier rein crasht. Ah, und auch die Kratzer da. Oh, aua, 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 aua. Voll der Penner, alter. Voll der Penner. Ich hoffe, der muss privat für die ganzen Sachen haften, die da drin sind. Einfach komplett in gelber Farbe. Ui, 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 der Arme. Der Glastisch bricht doch, oder? Und der hat nicht mal was gemacht, das... Oh je. Leute, das soll's gewesen sein. Waren auf jeden Fall dicke, expensive Fails hier dabei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin, haut rein, Leute, euer Krammik. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.